hallo und willkommen ich bin amk3 wie ihr seht es ist natürlich noch mal zeit für warframe und ja heute packen uns eigentlich nur ein hotfix und das war es beinahe auch schon aber in dem hotfix sind ein paar sehr schöne sachen drin gut gucken wir erstmal rüber ins forum und ja wobei die kleinigkeit nur noch vorhin eine ganz kleinigkeit die ich an der stelle anmerken möchte ich habe zum ersten mal the wolf of satan 6 endlich mal selber getroffen wo ich mit ihr unterwegs war und dann festgestellt ob ihr ultimate funktioniert auf dem typen gar nicht aber kein problem er ist die ganze zeit wild ja wild wirbelnd an mir vorbeigelaufen und oder gedreht und wollte mich ran saugen und habe ich mal kurz gesagt mit meiner rubikoprime nee und da war er auch tot ich meine einer hat gesagt dass er nicht einfach sei und ich habe mir nur gedacht so ein bisschen wie der ist okay ich meine der ist auf jeden fall unterhaltsamer als jetzt der stalker weil so wie es aussieht hat er viel weniger effekte wo er unbesiegbar ist zumindest sah es so aus und seine salat keien haben natürlich genervt salat keien die dabei waren haben wahnsinnig genervt wenn die ganze zeit gegen so einen typen kämpft der nahkampf entwickeln will und dann man ständig auch noch so kleine brandbomben und die füße geschmissen kriegt dann ist es absolut hinderlich aber ansonsten unterhaltsam und ich habe auch teile seines hammers bekommen weil er hat es vielleicht schon irgendwo schon gesehen aber wir können ja durchaus vom wolf auf set in six ja so einen großartigen hammer den er selber benutzt eben bekommen und dieses ding soll man auch werfen können danach gucken wir mal weil je länger eben night wave läuft mit wolf auf set in six desto öfter soll der kollege ja auch auftauchen für mich war es das jetzt das allererste mal lichtlich daran weil ich momentan versuche krampfhaft irgendwie gerade irgendwelche sabotage mission erfolgreich abzuschließen also dass ich jetzt die ganzen container gesammelt kriege weil ich bin einfach nur schlecht so weiter geht's mit dem hot fix so jetzt wäre ich im form aufgeschlagen hier wäre auch schon der hot fix 24 5 7 und als erstes hat man hier nämlich hot dropped fix und ja darum ging es eigentlich um dass die relic packs eben point strike mods enthalten haben nicht dass der jetzt schlecht wäre inhaltlich nur wenn man relic pack kauft will man nicht monster drin finden er macht irgendwo sinn macht irgendwo sinn und eben am dienstagnacht wäre eben auch ein skript quasi rüber gelaufen wo alle leute die eben keine relikte aus ihrem relic pack gekriegt haben haben somit dann eben wie es aussieht eben die nötigen anzahl von ihrem von ihrem verein eben von ihrem syndikat eben damit die jungs erhalten damit sie vielleicht die dinge eintauschen gehen können und vor allem die relic packs sich einfach noch mal neu holen können gut zu wissen gut zu wissen aber das ist ja schon durchaus ein paar tage wieder her aber wie dem auch sei und dann hätten wir eben die pet incubator changes und da hat sich tatsächlich was getan wie wir eben mit unseren fleischlichen vierbeinigen begleitern hantieren können und zwar haben sie rausgepatcht dass das unser begleiter eben nachteile kriegt sollten wir sie eben nicht streicheln oder füttern zwischendurch sie kriegen jetzt eigentlich nur noch einen bonus wenn wir das tun ansonsten bleibt das pet eben wie es quasi basistechnisch eben ist und ja das ist eigentlich sehr cool und somit passiert es auch nicht mehr dass das tier verhungern kann in irgendeiner form oder es ist eben wenn autostasis schnell gepackt wird das ganze passiert jetzt nicht mehr weil ja im endeffekt es zerfällt uns nicht mehr das haustier möchte man gerade an der stelle sagen ist vielleicht gar keine so blöde idee weil dann hat der duschaus ja schon seine pets auf der schiene verloren beziehungsweise seine kupos oder seine covers oder muss man auch nicht unbedingt sein ich mal fand ich zwar ideen technisch schön aber es nervt am ende des tals doch vielleicht ein bisschen wenn man sagt oh mein gott ich habe versätigt mal pet auf dem schiff gelassen man kam wieder und das war plötzlich noch ein grüner haufen das muss nicht sein finde ich aber gut das ist also auf jeden fall passiert und das wäre auch jetzt schon mal so eine kleinere änderung wieder generell für weitere änderungen die noch kommen sollen vor allem daran weil sie wollen immer mehr und mehr die sache streamline dabei okay sag ich mal okay mal gucken was sie noch so demnächst daran ändern aber das ist schon mal eine änderung die interessant ist nicht lebensnotwendig aber trotzdem nicht schlecht dann kommen wir zu weiteren changes und zwar haben sie ein bisschen was daran gedreht dass wenn man mit den vent kits in irgendeiner form interagiert also mit denen spricht es schon mal die performance runter gegangen und da haben sie halt ein bisschen was dran gedreht das jetzt nicht mehr so der fall ist und ja da hat sich ein mod verändert der wir ja auch quasi neu gekriegt haben durch den night wave spaß nämlich diesen wild frenzy mod für die krakade dieses ding womit man theoretisch mit dem sekundären feuer modus nur zwei ziele killen kann und man kriegt die mun wieder ja genau der der hat sich auch ein bisschen geändert nämlich wenn man den jetzt nicht komplett aufwerten sollte kriegt man auch nicht alle munition wieder aber so wie jetzt hier aussieht erst auf der maximalen ausbaustufe von dem mod kriegen auch hundert prozent der ammo wieder okay davor kriegt man eben nur jeweilig prozentige anteil dafür okay okay und dann haben sie ein bisschen was gedreht in einem gegner namens night watch power claw weil der eben grineer defektors gewandt schottet hätte zwischendurch in dem zusammenhang haben sie das vieh absolut den boden genervt muss ich nochmal genau nachgucken was es genau war aber ja von 75 auf 30 schaden reduziert wurden status chance von 15 nach fünf prozent und der ja die krit chance von mit dreifach auf auf null gesetzt mensch das ist wow wer immer das war der auf jeden fall sehr verloren und jetzt kommen wir zu den night wave fixes und hier der erste satz hat es schon mal in sich denn wie es aussah konnte man eben einen exploit benutzen im spiel ja das ist auch wirklich ein exploit wir haben nämlich da scheinbar die möglichkeit gehabt zumindest wenn welche wirklich es darauf eingelegt haben mit der host immigration und wieder zum rückwechseln zu dem squad wo man rausgegangen ist hat man eben gerade diese punkte von night wave immer und immer wieder kriegen können das heißt da haben welche es wirklich scheinbar geschafft die maximalstufe jetzt schon von night wave zu erreichen einfach mal so durch diesen exploit was war ich glaube wir haben es mal nachgerechnet wenn jetzt in einer mission man 150 punkte durch night wave bekommen hätte und damit von jetzt bis auf maximum kommen wollte und man hat so um die 20 vielleicht wären das über 666 mal hätte man host immigration machen müssen bisschen extrem vielleicht ist auch anders gerechnet worden aber wie dem auch gerade sei und wie es so schön steht ein paar leute hätten das eben sehr überzogen und mit denen würde auch ja wie es hier steht and we will acting accordingly was so viel heißt wie wir treten den wahnsinnig in den arsch ja der eine oder andere könnte vielleicht deswegen gebannt werden oder ja ich habe einen sehr schönen beitrag gefunden der spricht auch das ein bisschen genauer an und hier ist eben eine idee wie man so leute die eben gecheatet haben auch bestrafen könnte ohne dass man sie jetzt permanent direkt aus dem spiel schmeißt und zwar verlassen sie bei night wave rang 30 wir nehmen aber weg umbrall former bzw sofern sie schon benutzt haben eben tun sozusagen diese formerei eben von der waffe oder dem warframe eben rückgängig machen das heißt man wollten das wichtigste womöglich was man bei night wave abstauben gehen kann eben die möglichkeit umbrall ja polarisierung zu erschaffen nehmen wir den komplett wieder weg da können sie halt warten bis die zehn wochen halt insgesamt drum sind da können sie bei der nächsten night wave ja vielleicht normal spielen das wäre vielleicht auch eine schöne idee neben des raus kegels wäre das wirklich aber auch eine schöne idee und dann gab es hier noch nur anzeige fehler wo eben eben einem zu viel angezeigt worden ist anstatt dass man eben drei convicts alle machen musste plötzlich stand da eins von vier meh und dass bei night wave auch ein bisschen die sache offensichtlicher gestaltet wird nämlich dass man oroken derelict volts eben auch platt machen muss und nicht irgendwelche anderen volts weil der eine oder andere hat vielleicht jetzt an spy missionen den zusammenhang gedacht und ja mit dem wort derelict ist die die sache eben ein stückwerk klar es geht um wrack missionen dort nicht um irgendwas anderes und dann hält man marcos lockdown fixes ist übrigens arcana für den operator wie das aussieht nämlich wenn man da ein voidedechen machen würden tun wir minen legen damit die gegner festhalten und eben prozentuell ihre maximalen lebenspunkte beschädigen was an sich sich cool anhört aber gut gucken wir mal an was hier die fixe jetzt genau waren ach genau dass die sache nämlich auch auf vips also very important persons zu deutsch die typen die wir vielleicht verteidigen sollen auch gewirkt hat oder eben gegen bosse und das haben sie jetzt alle ein bisschen verändert nämlich dass zwar der effekt würde noch kommen aber der schaden würde zumindest nicht mehr kommen weil es ist ein bisschen blöd wenn man voigtdash macht und versehentlich den eigenen typen dabei killt finde ich bisschen dann konnte diese mine auch leute in perma schlaf versetzen ja wenn sie tot sind sind sie auch permanent am schlafen könnte ich jetzt sagen aber ich glaube das meinen sie jetzt nicht kommen und zu den fixen das hört sich wie bekannt an wegen dual core pcs das ist da wegen skript optimisierung zu problemen geführt hat das hat man vor kurzem schon mal gehabt irgendwo nur mal an zusammenhang interesting wie das immer wieder auftaucht dann ein seltener crash wenn man eben nach missionen beitritt die schon am laufen ist und dann noch ein anderer seltener crash wurde gefixt wo wenn jemand im argwing aus eurer sicht reichweite fliegt und dann als mit dem warframe wieder in eure sicht zurückkehrt wet das heißt man wollte nicht fliege weg und wenn ich mit dem warframe zurückgelaufen komme und ihr mich dann seht was boop und ihr seid abgestürzt okay das ist wirklich sehr speziell das ist wirklich sehr speziell mensch die coolen dragnoids bei bei dem exploiter ort nehmen diese spinnchen konnten scheinbar auch limbo in seinem rift klatschen gehen meine fresse hat er zwar verdient aber trotzdem gehört sich das eigentlich nicht dass die mechanik so im gang wird und hier der nächste das nächste hier das erklärt für mich jetzt einiges ich habe mir die ganze zeit immer gedacht das wäre was verbuggt im spiel aber nein es ist tatsächlich wie gewollt nur es ist wurde nie angezeigt ihr habt vielleicht schon mal gesehen dass wenn ihr schleicher warframes spielen solltet und ihr seid gerade in obwallis unterwegs da gibt es ja manche spinnen die euch trotzdem sehen können liegt daran dass diese ja skytorektnoids also das sind wahrscheinlich diese nahkampf spinnen den oberteil weg platzt wenn man zu lange drauf schießt die dann völlig im berserker modus gehen die haben einen puls wie es aussieht um eben unsichtbar rauf zu decken das erklärt jetzt einiges und das wurde wie es aussieht auch nicht angezeigt wenn man den kampf eben begonnen schon hätte oh das macht natürlich sinn das macht sehen mensch ich dachte immer warum werde ich immer gekillt wenn ich unsichtbar bin weil die was dagegen haben was denn des wortes dann hätte es ein bisschen zu viel geblurrt wenn man rumgescannt hätte im arc wing dann dass der emote von tenocon 2000 nicht standardmäßig angeblieben wäre weil das soll jetzt erbrechen wenn ihr sagt nicht wenn das dinget meint dann gab es schon mal noch probleme mit diesem captura szene von dem thron raum von kuwa okay dann noch ein paar andere kleine fixe paar skript eros beim casten von titania und limbo's klamotten warum auch immer in prime frame fighter vor allem die fixen wirklich cool ich habe sogar sachen rein wenn es von minigames was ist gut zu wissen gut zu wissen und ganz zu guter letzt haben wir noch mal eine kleine änderung geradezu memory corruption ja wurde auch wieder durch skript optimisation ausgelöst das mit dem optimisieren wahrscheinlich noch nicht so wirklich hingehauen nicht mal trocken behaupten und das wäre es von mir erst mal wieder gewesen danke fürs so beischauen zu hören das für mich drei und ja wünschen auch viel erfolg eben sofern ihr eure geschenke hier noch nicht abgeholt haben solltet das noch vielleicht mitzunehmen und ich werde gleich erst mal hoch losziehen und noch ein bisschen night wave machen und ja werde vor allem dann zusehen dass ich vielleicht für die nächste stufe von vox solaris da mal ein bisschen weiterkomme ja ich habe es jetzt vor kurzem auch geschafft endlich auf level 3 zu kommen nach monaten wo es draußen war aber wie dem auch sei wie was steht wie langsam erinnert sich das moment hier bei mir auch ja ah ja und denkt dran es ist nicht mehr lang hin dann haben wir nämlich den april ja und dann kommt eben auch equinox prime access auch wenn da hinten jetzt auf der news steht am zweiten deutschen wäre es angeblich erst am dritten aber wisst ihr was ich muss auf jeden fall noch punkte sammeln schnell für syndikat noch schnell punkte sammeln damit ich dann auch welche habe um mir diese ganzen relic packs zu holen ich hoffe dann halt eben ohne mods genau gucken wir einfach mal also bis die tage und ciao